Ah Sie muss das Kind ja nicht mal sehen Sie wird gern passen Wenn sie Erfahrung bringen würde, würde ich die alle töten Ja? Hier bin ich besser Ey, möchtest du was machen? Oder so Weiter! Das ist interessant, wenn du eine Little Sister rettest oder ausbeutest Musst du immer damit rechnen, dass eine Big Sister Jagd auf dich macht Werde ich mir merken Mhm Okay Mhm, ja, ist klar Ja, dann fahren wir doch fort Inhalt wird gespeichert Bitte schalte deinen Computer nicht aus Ich könnte jetzt ganz fies sein Naja, sprechen jetzt ja eh vorbei Was ist das? Was ist das? Achtung Subject Data sitzt jetzt in Korpers Drop fest Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde Denk daran Der Feind ist allein Wir sind die Familie Lam versucht uns festzusetzen, mein Junge Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt Um mit der Bahn weiter zu kommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe Finde sie und besorg den Schlüssel Okay Äh, nimmst du die vielleicht? Was? Portemonnaie ist bereits voll Was? Bitte Glaub ich's Ja Toll Wie viel jetzt hab ich denn? Ne, ich brauche eben kein Bargeld Ich hab Bargeld leider schon Voll Äh, ja, 600 Dollar Das ist super Ähm Ja Also Hack So So Ähm Yay Ich will nach draußen Nein Kann man nicht auch Äh, kann man schon, aber Äh, ich hab halt voll, ne, ist klar Moment, was, was Ah Ah Ah, cool Ähm Ja Cool Hier kann ich die auswechseln Äh Achso, ne, wollte ich gar nicht machen Wie sollte ich das machen? Nein Give yourself one to here Gib dich hier hin Äh, geht's noch? Ja Ähm, ganz unruhig Ja Ah Ah Meine früß Ah 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 Lüftungsschacht, Manu Warum habe ich Blitz eigentlich ausgewählt? Abwackeln. Da ist der Kick. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech, Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atmer röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Äh, war ich nicht, sorry. Äh, ja. Toll. Irgend so eine Verrückte hinter mir her. Kannst du funktionieren? Mit mir spielt man. Was von der Lockerbahn der Schreckler stimmt. Hier ist alles andersrum. Hier ist weg und alles kommen. Aber ich kann mich noch weg überfahren, dass sie in der Richtung keine Hubert Verdammte Huren! Ich seh es nicht ein, dass ich dafür ein Medikit verbrauche. Seh ich es nicht ein? Bin ich bescheuert? Hallo? Hallo? Hä? Ich bin besser als du! Hier ist alles andersrum. Ich bin hoch und schau zu. Hier ist alles andersrum. Der Luftw fishern und der Schreifleit stimmt. Hier ist alles andersrum. Hier ist die Papiere. Das wird's noch nie und nie mehr bekommen! Aaahh! So. Tu mir nichts! Sehr gut. Ah ja. es gibt hier gesundheitsupgrade auch ich mir das geht doch nicht aus wird aber alles ja Okay. Wieso greift der mich jetzt an? Hey, wieso greift der mich jetzt an? Du! Hast du schon genug, Kleiner? Hey, mach doch! Schuss, 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 komm, das war gut. Nee, nicht zum Spielen raus, komm. Du! Was ist das? Ey. Hey. Immer cool bleiben. Hey, immer cool bleiben. Big Daddy's and... Du bist zwar selbst ein Big Daddy-Prototyp, aber die neuen verbesserten Big Daddy sind dennoch ernstzunehmende Gegner. Mach ich ja mal einen Kampf bis zum Totofausfindung. Was ist mir der Fall, du? Bleib doch. Bleib doch. Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Der hat auch ne Kanone. Merk ich jetzt erst. KMPH! Los geht es nicht her. Zunge ist der Radiesstid! Die Gasperadiersstd! Wie Comikiert? Hei, was war dat denn? Was sat denn? Was sat denn? Ich kann sie direkt ausbeuten. Warum sollte ich sie direkt ausbeuten wollen? Bringt's das? Egal, ich mach's. So, und dieser Wurm. Yay, Adam, Adam, Adam. So. Nein, nicht Munizierungsautomaten. Wo war der andere? Da. So. Ah, jetzt gibt's auch mehr. Weil wir haben jetzt mehr. Mehr Platz, äh, mehr. Adam. Alter, gibt's hier viel. Deine kritischen Trefferverwürgen, aus dem Schaden. Äh. Köder. Ja. Wo ist denn jetzt Gesundheitsabgrade? Ach so, ja, stimmt, das hab ich schon gekauft. Dann komm ich mal ein Gen-Toniker-Flot. Ja, mhm. Wie gesagt, Tings-Ton. Noch einen kann ich mal kaufen, wie geil. Dann komm ich mir direkt alle. Hö. Tod. Äh, da, da, da. asy-Toniker-Flot. Auch noch eins. Vermitteschön. H- 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 Vielen Dank.